Ach Gott, Scheibe! So, Huxauflöse. Ich will jetzt meine Huxauflöse. Und mein Minster. Da kommt der Top. Ich hab schon gedacht, dass meine Huxauflöse besser ist. Wie Ты nicht. Huxauflöse. Muskel auf 256. Huxauflöse. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Wir haben das gemacht, Schau, nicht? Einfach, was zu schreifen. Drei! Ah, ich habe meinen Sack, warum? Ja, wir könnten verdreffen, haben wir Geld zu bezahlen dafür. Aber es läuft auf die Sack. Ich weiß nicht. Ich flieg scheiße das heißt es ist anders als gegen Vako, ne? Jajaja Ich bin kein Friedland, Junge Gib mal DIP den Blenden Boah, dann muss ich gleich mal rauslaufen Jaja Denn ich habe glaube ich das Papier nicht mehr, wo ich es mal draufgeschrieben habe Oh Gott Wie, oh Gott Ja ich benutze Papier Das ist so merkwürdig, wenn du mit 2000 gespielt hast und jetzt auf 1000 unterschaltest Kommt dir die Maus zu träge vor Ob die Maus aus Beton ist, weißt du so? Jaja so Hallo Beton Maus Ich muss zugeben mit 2000 dp ist das echt cooler Ich glaube ich spiel nur noch mit 2000 Warum? Warum ist das cooler mit so viel dp? Ich trau mich nicht Keine Ahnung, Maus ist viel schneller Ja ich trau mich nicht einfach mehr dp als 1000 zu benutzen Genau Das war zu weit geturnt Also ich grunze Naja Wenn ich anfange zu grunzen, machst du was falsch, warum hast du Nightball gemacht? Gar kein Nightball, was glaubst du für Nightball gemacht? Und erst müssen wir mich jetzt tot bashen Heute sind überall LCS Game Team Äh lol Weiß nicht was Naja Oh, da wurde ich weggekreiselt und totgemacht Schönen Abend Gibt mal die IP jetzt den Blenden Hä? Gibt's mal die IP den Blenden Ja ich müsste trotzdem noch aus Zapp Gibt's so wenig die IP, du hast das ja? Jaja Ja 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 Oh shit Wichtig grad tot Oh shit Nein Danke Ey Ernsthaft Ja Du tot, dann kommt irgendwo so Torb oder so aus der Mannheim Kommt irgendwo so Torb so So öffnet sich ein schwarzes Loch Kommt die Voyager schießt und tot Torb oder mich rein und dann steht da schon Du hattest gedacht ich werd gefahrt Nein du hast ja gar nicht Lass mir den Spaß Nein Nein du bist gemein Nee Doch bist du Nein Und fett Fett und gemein Ja genau Ja genau Das Ding steht Spinnt um sich herum Oder dann schießt sich du Wohin Pam Ich glaub nicht Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Mit deinem Helm Mann Für jeden Tag Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Nein, Miene war ich nicht schnell genug. Der Terror-Clanführer, die Liede des Servers, hat mich abgelenkt. Oh, und jetzt ist wieder ein Vorurteil zu geben. Meine Videos basieren eigentlich nur auf Hass und Blame über viele anderen Spielern. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen Clanführer-Maschen fragen. Ehre! Ehre! Dicke Irre! Nicke! Scheiß Miene! Ich hab's probiert! Ich hab's probiert! Ich hab so ne Scheiß probiert. Ich muss mir gleich Sailor Moon reingehen. Flieg und Sieg! Ja, jetzt hast du den Ramp. Jetzt bist du im Waco-Club. Der Jack-Bezwinger. Du hast Jack mit einer einzigen Fatschehahn weggeklatscht und dabei einen Rack gemacht. Achievement unlocked! Jetzt kriegst du bei Steam den Super-Orden für Horn of the Fire. Moment, ich geb ihm jetzt erstmal die IP. Ja, gib ihm mal die IP. Der ist doch auch Schweinealt, oder? Blinder-Blinder? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, der wär immer Schweinealt. Ich dachte immer, der wär Schweinealt. So, halt. Warte, ich diktiere sicher, du schreibst, okay? Ah, das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Doch mal ist, nein, ist immer gut. Ich habe gerne Horn of the Fire today. Ich habe kommt drauf drauf in die Uhr Marschlein. Ich beant Valentine's anuzional jeu. Und ich habe Pillarswie